ARD Text im Auftrag von Funk 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 du hast einen kleinen kleinen Teil an der Leistung was er hat er hat doch bloß 300 Pferd alter ja und was braucht die ich weiß nicht auf jeden Fall sporn ich sie nicht die blaue Sehmaschine die blaue die braucht 200 Pferd die würde ich eigentlich gar nicht schaffen ich schaff die ohne Probleme alter ja also ich bin jetzt in ich komm nicht mal in den Stocken wenn du ein Radio an und so hast du an dem Fett was gemacht? das fliegt ja dann nicht was machen Junge das ist ein E22 kannst du das Ding mir nur nachschauen das Originale angehoben sonst gucken wir mal ob die Hilfe wir aufhören ja du hast die Angaben vielleicht mal dreht das kann sein die Angaben mal dreht dann wird es anzeigt werden EF EF und so weiter hast du mal SES ah ja ja weil ich mich verstritten will jawohl der Helfer macht das immer noch obwohl es reng ja ich hab grad selber das Schneidwerk angeschaltet und jetzt kann man hin ernten während des Regens ist nicht möglich Ich helfe euch, ich fahr da rein Das ist ein Scheiß drauf Der kriegt das Zeug halt auch in Kontakt rein, also mit dem ist alles gut Das war nur Wustern, oder? Hä? Ja Ja Aber da haben wir jetzt auch immer allzu viele Bahnen, dann passt die Sache Die 100 Folgen kriegen wir auf jeden Fall auf der Elbkrieg nur vor, bevor der Bergmann startet Da bin ich zuversichtlich Die Walde ist unsere, oder haben wir die gebetet? Die Walde, die ist unsere Dann freue ich dich mal auf, weil die steht im Weg Ja, dann wird's sauber Bei normaler, ja doch, wir haben eigentlich alles gemietet, äh, alles Kraft Kannst du da nochmal nachschauen, aber... Ne, ist unsere Ja Kannst du gleich mal nachschauen, wie viele Missionen sind jetzt noch am Lachen? Ist das schon die letzte 3 Mission, oder? Ja Okay, wunderbar Eine 10 und die Dreschen Die 10 habe ich gleich, Dreschen Dann hat er auch bald Ja, dann kann man vorspielen Weil, ja, momentan kann man eigentlich nichts machen Ansehttechnisch kann man bloß Raps Achso Ja, Raps Wollen wir Raps aussehen? Können wir theoretisch Können wir Können wir Können wir Ja Können wir Können wir Noch nach rechts Da Äh, haben wir jetzt Da sind schon überall Dingens gemacht Ok, haben wir schon überall gemerkt 1-6 1-6 und dann schau mal dann schau mal passt 3 waren noch aber inzwischen müsste es so schmierend sein aber ja mei das darf halt eigentlich gar nicht mehr gehen weil wir mit Dünger sehen also ne Dünger ist keiner drin ohja aber du hast den Papa das gefühlt ja, deswegen ja so wieder rein hier also vielleicht ein wenig früh ablassen aber nicht und die Stimme auch nicht Alter du weißt ja ich hab ja gestern Hulst gespeuten gebt aber die Sonne hat da so geknallt ich hab einfach Sonnenbrand geblieben richtig schön im richtig schön im Knack Alter ja du bist die ganze Zeit im Schäfer die Kompressiv hey ne ja fast aber nicht immer hat der jetzt überhaupt nicht Klima oder nicht? doch nicht doch war der super ja 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 ich hab nichts zu tun ja ich hab jetzt dann auch gleich nichts mehr zu tun weil ich hab jetzt noch eineinhalb Bahnen und dann bin ich fertig und die Sonne will ich jetzt eigentlich auch keine grossen mmmm doch du hast eine Aufgabe Düngen was Düngen? zwei Felder einfach keinen das los dann darf das die was? welche Auto ja ja 730 und 750 Sollen wir mal schauen 750 ist nicht weit weg vom Hof und 39 auch nicht Das ist eigentlich beide ziemlich nah fast in ein paar Minuten Ich bin zwar auf jetzt mit der Arbeitsbremse Jetzt haben wir jetzt die Bahn angebrochen und haben wir bloß noch das vorgewählt Das war jetzt auch noch gut wie gesagt Wir sind in den Inlandsicht Noch einmal in einer ganz entspannten Regen Oh, da geht's schon, hey, hui Ich bin einfach mal ganz entspannt an der Flügel vorbeizuh Ja, schön, ist die fertig? Ja, ist sie Das war aber... Ja doch, das ist richtig Ey, sag mir nicht, ich hab nicht drauf Hast du ja auch schon auf? Oh, ich hab schon drauf Alter Okay Okay Irgendwie ist es heller worden, hab ich so das Gefühl Normal ist es nur So, können wir zusammenklappen Allrad raus Und die Mission abschließen Oh, ich hab ja Okay, wir können die Mission abschließen Ich hab drei Das ist ja schon, da ist die Stimmung glaube ich noch viel besser also. Ne, bei mir noch nicht. Was ist die Stimmung oder das Ränge? Das Ränge wird nur ich darf nicht. Ja bei mir auch noch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so stark wie vorher. Es ist heller warm und die Tropfen sind weniger warm. Und bis zum Rollstofone. Was ist das mit dem Dünger Zustand von 340 ausschaut, ob ich da gleich noch was mitmachen soll oder nicht? Ne, das ist super, da brauche ich nichts, ok. Aber hier sind Bäume vorne fast ziemlich, ziemlich gut. So, zack. Ja, schaut wieder was, dann wieder lieber. So, perfekt. An, runter. Äh, warte mehr. Soll ich die Saustrecke komplett hochknallen? Ja, oder? Am meisten Ertrag. Bei uns? Ja. Ne, ich würde es automatisch machen. Automatisch macht er 35 Körner, das niedrigste was geht. Dann machen wir eine Stunde, ja. Also machen wir 52 Körner auf dem Quadratmeter. Ja. Okay. Dann machen wir das jetzt auch. Dann machen wir zwei Stunden drauf oder wohl. Da sind wir. Und den mal. Da sind wir ja nicht so. Die Straßen sind so kurz. Jetzt könnten wir sogar noch in der Folge schaffen, mit Glück. Ah, der Drescher ist gut. Durch die Altsatzaufkehrsringer. Ne, immer noch, der geht immer noch. Okay, beim Ende nicht. Es ist zwar noch ein bisschen bewölkt, aber ich lade auf. So, schafft er das jetzt hier rum? Ja, hier. Na, wir können aber rückwärts fahren. Dann schon mal einlenken. Und dann einfach. Er bewegt sich. Solange er sich noch bewegt, ist alles gut. Ja, wir müssen nur die Deichsel rumreden. Der Gab läuft dann alles von allein. Jawohl. So, wo ist das? Schauen wir, wie viel gibt es. Okay, darf ich natürlich zu schnell, aber schon zu verschieben. Die waren ganz gnadenlos. Mal schauen, jetzt sind wir aber wieder bei Kepa. Ja, schaffen wir 40. Ja. Jawohl, 40 ist geschafft. Jetzt muss ich aber alles abbrechen. Ja, da wird auch herbremsen, ganz gut gut. Was ist da überhaupt alles rein? Und knapp werden. Die sind weglücklich. Welche Zeitung, die NM3, die ist gebucht? Die sind gezogen. Zugebucht. mhm so, und dann gehts das Alkwärm ist zu krank auf der Straße ja, das glaub ich dir das glaub ich dir jetzt sieht er nicht so vor, da läuft das was ist das? was ist das? ich bin weg ach so ja, das ist egal, wenn wir aussehen, ist das sowieso weg ha, das liegt hm? der JCP ist leichter nicht so 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 schreien die viele die Ich glaube, ich glaube, es ist nicht so schön. Ich glaube, es ist nicht so schön. Ja! Und jetzt kommt der K aber es ist auch gut Schaut immer so, wie man es in der Folge fascht. Mal schauen, wo können wir. Mal schauen, wie man es in der Folge fascht. Da muss ich passen und sehen wir hier nochmal die letzte paar Wunder. Aber liebe Leute, wir sind trotzdem damit der Folge fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation durch irgendwas für ihn da auf. Ein Däumchen wäre ein Trommel von Kuschauer, kein Cent und den roten Knopfglaub. Wer im Start hätte jetzt mal eine Glocke aktiviert, der würde nichts verpasst und dann trotzdem hier. Und wir sind fertig. Wunderbar. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Endcreek. Immer alles zu uns, wenn wir zusammen mit dem Philipp und bis dahin macht es gut, haut rein und ciao ciao. Ciao. Musik 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 Wir sind Farmers, Farmers.